Wir wollen uns hier nun über die geometrische Folge und Ihr rekursives und explizites Bildungsgesetz unterhalten. Lassen Sie uns zuerst einen Eindruck gewinnen. Eine Folge ist letztlich eine Aufeinanderfolge von Zahlen, für uns aber immer mit irgendeiner Gesetzmäßigkeit dahinter, die wir letztlich mathematisch festhalten müssen. Prüfen Sie sich aber zuerst selbst. Welche Zahl kommt als nächste? Betrachten Sie die Zahlenreihe 1, 2, 4, 8, 16, 32. Welche Gesetzmäßigkeit haben Sie also entdeckt? Vermutlich haben Sie so gedacht. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Das beginnt mit 1 und es wird immer mit 2 multipliziert. Daher muss letztlich 32 mal 2, also 64, die nächste Zahl sein. Perfekt, wenn Sie so gedacht haben. Diese entdeckte Gesetzmäßigkeit wollen wir nun mathematisch beschreiben. Sie sehen hier schon, das erste Folgeglied wird mit A1, das zweite mit A2 und so weiter bezeichnet. Wir könnten also hier sagen, jedes Folgeglied wird mit seiner Position bezeichnet. Oder genauer betrachtet, A1 ist das erste Folgeglied, A2 das zweite Folgeglied, A3 das dritte, A4 das vierte Folgeglied, A5 das fünfte Folgeglied und so weiter. Theoretisch können wir natürlich beliebig viele Folgeglieder ermitteln und anschreiben. Das allgemeine Folgeglied lautet daher einfach A N und das Folgeglied, das danach kommt, heißt A N plus 1. Und danach käme dann A N plus 2 und so weiter. Dabei bedeutet N eine Abzählzahl, also eine positive ganze Zahl beginnend bei 1 oder schön mathematisch ausgedrückt, N ist Element aus der Menge N Sterndl, also eine natürliche Zahl beginnend bei 1. Soll heißen, wie hier zu sehen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Im Zusammenhang mit der geometrischen Folge taucht auch immer der Begriff Quotient auf. Der Quotient bezeichnet hier das Ergebnis der Division zweier benachbarter Folgeglieder. Allgemein bezeichnet Quotient das Ergebnis der Division zweier Zahlen. Wir müssen auch die Verbindung zwischen zwei benachbarten Folgegliedern feststellen. Erinnern Sie sich, bei der Folge 1, 2, 4, 8, 16, 32, wussten Sie nach kurzer Überlegung, dass der Quotient zwischen zwei benachbarten Folgegliedern stets 2 ist. Oder etwas mathematischer. Dividiert man das zweite Folgeglied durch das erste Folgeglied, also hier 2 dividiert durch 1, so ergibt sich 2. Dividiert man das dritte durch das zweite Folgeglied, so ergibt sich hier 4 dividiert durch 2, wiederum 2. Dividiert man das vierte durch das dritte Folgeglied, so ergibt sich hier 8 dividiert durch 4, also wiederum 2. Dividiert man das fünfte Folgeglied durch das vierte Folgeglied, so ergibt sich hier 16 dividiert durch 8 und abermals 2 und so weiter. Dieser stets gleichbleibende Quotient wird mit Q bezeichnet. In diesem Fall gilt also Q ist gleich 2. Und immer dann, wenn der Quotient zweier benachbarter Folgeglieder stets gleich bleibt, und ich sage dazu, nur dann handelt es sich um eine geometrische Folge. Eine Zusatzinformation. In Formelsammlungen, auch in Ihrer vom Ministerium zur Verfügung gestellten, werden die Folgeglieder und die Bildungsgesetze der geometrischen Folgen mit dem Buchstaben B beschriftet. Das spielt keine weitere Rolle und es heißt keinesfalls, dass eine mit B beschriftete Folge unbedingt eine geometrische Folge sein muss. Wir werden hier also weiterhin A verwenden. Zwei Kleinigkeiten müssen wir noch klären. Erstens, was bedeutet rekursiv? Ein Beispiel dazu, warum wissen Sie, dass heute Sonntag ist? Die Antwort ist ganz einfach, weil Sie natürlich wissen, dass gestern Samstag war. Sie schließen also sozusagen vom Vortag auf den darauf folgenden Tag, also auf den heutigen Tag. Das ist rekursiv. Wir werden hier also vom ersten auf das zweite Folgeglied, vom zweiten auf das dritte, vom dritten auf das vierte Folgeglied schließen und so weiter. Und vom enden Folgeglied auf das end plus erste Folgeglied. Oder von Sonntag auf Montag. Und zweitens, was bedeutet explizit? Sehr vereinfacht gesagt, explizit bedeutet, dass wir eine Formel haben, mit deren Hilfe wir jedes beliebige Folgeglied durch Einsetzen einiger Bestimmungsstücke der Folge ermitteln können. Betrachten wir nun nochmals die Folge 1, 2, 4, 8, 16. Wir wissen schon, A1, also das erste Folgeglied ist 1 und Q, also der Quotient zwischen zwei benachbarten Folgegliedern, ist 2. Mehr brauchen wir hier nicht. Wir schließen also, das n plus erste Folgeglied ergibt sich, indem wir das n-te Folgeglied mit dem Quotienten Q multiplizieren. Auch das erste Folgeglied muss aber natürlich auch angegeben werden, sonst ist ja nicht klar, wo man hier beginnen soll. Oder nun formelhaft, A n plus 1 ist gleich A n mal Q. Oder mit eingesetzten Größen, A n plus 1 ist gleich A n mal 2. Und bitte vergessen Sie nicht, auch das erste Folgeglied anzugeben, A 1 ist gleich 1. Diese rekursive Formel finden Sie auch in Ihrer Formelsammlung auf Seite 11, Rekursivs Bildungsgesetz der geometrischen Folge. Und fertig. Betrachten wir nun abermals die Folge 1, 2, 4, 8, 16. Bestimmen Sie mit Hilfe des rekursiven Bildungsgesetzes die Folgeglieder A 8 und A 23. Nun, unser rekursives Bildungsgesetz lautet ja, A n plus 1 ist gleich A n mal 2 und das erste Folgeglied dazu, A 1 ist gleich 1. Wir wissen aber auch bereits, A 5 ist gleich 16, daher können wir vom fünften direkt auf das sechste Folgeglied A 6 schließen. A 6 also daher gleich A 5 mal 2, also 16 mal 2, also gleich 32. Ebenso geht das für das A 7, das ergibt sich aus A 6 mal 2, also 32 mal 2, daher 64. Und schließlich A 8 ist gleich A 7 mal 2, also 64 mal 2, also 128. Und schon kennen wir hier das Ergebnis, nämlich A 8 ist gleich 128. Was haben wir bemerkt? Nun ja, um A 8 mit Hilfe des rekursiven Bildungsgesetzes berechnen zu können, müssen wir alle sieben Folgeglieder, die vor A 8 liegen, berechnen oder zumindest bereits kennen. Das wird, wenn wir nun A 23 berechnen sollen, recht aufwendig werden, da wir alle 22 davor liegenden Folgeglieder berechnen oder bereits kennen müssen. Wir werden daher zur Berechnung von A 23 lieber die explizite Formel verwenden. Die explizite Formel lautet allgemein A n ist gleich A 1 mal q hoch n minus 1. Auch diese Formel finden Sie in Ihrer Formelsammlung auf Seite 11 unter Explizites Bildungsgesetz der geometrischen Folge. Um das explizite Bildungsgesetz einer geometrischen Folge herzustellen, benötigen wir wieder A 1 und q. Für unsere Folge 1, 2, 4, 8, 16 sind das. A 1 ist gleich 1 und q ist gleich 2. Daher lautet das explizite Bildungsgesetz hier, wenn wir also unsere Werte 1 und 2 dort einsetzen, A n ist gleich 1 mal 2 hoch n minus 1. Um nun hier das 23. Folgeglied zu ermitteln, ersetzen wir die Abzählzahl n mit 23. Daher A 23 ist gleich 1 mal 2 hoch 23 minus 1. Also 1 mal 2 hoch 22, also 4.194.304. Lassen Sie uns noch zwei Beispiele zur geometrischen Folge anschauen. Das erste Beispiel habe ich hier wiederum schön theoretisch genannt, weil kein lebenspraktischer Aspekt drinnen vorkommt. Eine Folge ist gegeben mit 1, 4, 16, 64, 256, 1024. Fragestellung A. Prüfen Sie, ob eine geometrische Folge vorliegt. B. Geben Sie das rekursive Bildungsgesetz dieser Folge an. C. Geben Sie das explizite Bildungsgesetz dieser Folge an. Und schließlich D. Ermitteln Sie A 12. Zur Frage A. Damit das eine geometrische Folge sein kann, muss der Quotient zwischen zwei benachbarten Folgegliedern stets gleich bleiben. Wir prüfen das. A2 dividiert durch A1 liefert hier 4, dividiert durch 1, also 4. Rechts daneben A3 dividiert durch A2 gleich 16 durch 4 ist wiederum gleich 4. A4 durch A3 gleich 64 durch 16 liefert 4. A5 durch A4 gleich 256 durch 64 liefert ebenfalls 4. Und schließlich A6 durch A5, also 1024 dividiert durch 256, liefert ebenfalls wiederum 4. Wir können also sagen, der Quotient zweier benachbarter Folgeglieder ist stets 4. Es liegt also eine geometrische Folge vor. Zu B. Für das rekursive Bildungsgesetz benötigen wir A1 gleich 1 und Q gleich 4. Das rekursive Bildungsgesetz lautet daher A n plus 1 ist gleich A n mal Q und mit konkret eingesetzten Zahlen A n mal 4. Bitte vergessen Sie nicht, das erste Folgeglied wieder mit anzugeben. A1 ist gleich 1. Oder das alles in einer kleinen Zeile. A n plus 1 ist gleich A n mal 4 und A1 ist gleich 1. Für das explizite Bildungsgesetz in Frage C benötigen wir abermals A1 ist gleich 1 und Q ist gleich 4. Dieses explizite Bildungsgesetz können wir nun anschreiben als A n ist gleich A1 mal Q hoch n minus 1, also ist weiter gleich 1 mal 4 hoch n minus 1. Um schließlich A12 zu ermitteln, werden wir in das explizite Bildungsgesetz einsetzen. Dieses lautet ja A n ist gleich 1 mal 4 hoch n minus 1. Wir ersetzen N durch die Zahl 12 daher A12 ist gleich 1 mal 4 hoch 12 minus 1 ist weiter gleich 1 mal 4 hoch 11 und es ergibt sich hier 4.194.304. Nun ein zweites Beispiel, ein Trainingsplan. Elke nimmt sich folgenden Trainingsplan für die Zeit bis zu einem Halbmarathon vor. In der ersten Woche läuft sie täglich 5 Kilometer, in der zweiten Woche läuft sie täglich 6 Kilometer, in der dritten Woche läuft sie täglich 7,2 Kilometer und so weiter. Erklären Sie erstens, warum es sich hier um eine geometrische Folge handelt und ermitteln Sie, welche tägliche Strecke Elke in der neunten Woche absolvieren wird. Betrachten wir die Frage A. Die tägliche Strecke erhöht sich in jeder Woche im Vergleich zur vorangegangenen Woche um den Faktor 1,2. Bedenken Sie, Sie konnten diesen Quotienten durch die Division des zweiten Folgegliedes durch das erste Folgeglied ermitteln. 6 dividiert durch 5 ergibt 1,2. Ebenso drittes Folgeglied dividiert durch zweites Folgeglied 7,2 dividiert durch 6 ergibt 1,2. Die tägliche Strecke erhöht sich also in jeder Woche im Vergleich zur vorangegangenen Woche um den Faktor 1,2, daher liegt eine geometrische Folge vor. Wir können auch das erste Folgeglied A1 ist gleich 5 und den Quotienten direkt ablesen mit 1,2. Schließlich wollen wir, um das A9 festzustellen, zuerst das explizite Bildungsgesetz anfertigen. A N ist ja gleich A1 mal Q hoch N minus 1, also in unserem Fall 5 mal 1,2 hoch N minus 1. Um das A9 zu ermitteln, ersetzen wir das N durch 9 und notieren 5 mal 1,2 hoch 9 minus 1 ist gleich 5 mal 1,2 hoch 8, also 21,5. In der neunten Woche wird Elke also täglich 21,5 Kilometer absolvieren.